– Hallo. – Hallo. Gehst du spazieren? Ja, ich geh jetzt immer um diese Zeit noch ein bisschen spazieren. Ich auch. Ich geh jetzt auch viel öfter spazieren als früher. Am liebsten schon ganz früh morgens vorm Aufstehen. Äh, ich mein nach dem Aufstehen. Also vorm Frühstück. Du bist sorry, dieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich... Natürlich hing Maike dann auch umso mehr an mir. Na ja, Kinder können solchen Lebens... Komm, ich will dir was ab. Na, deine Klausurmann bestimmt auch gut. Dann hast du so einen Top-Examen. Hochzeit. Gut. Das sollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh. Schön, dass Sie noch dran gedacht haben. So kann die Platz doch noch nicht spurlos abwickeln. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Heckfurts Büro natürlich. Oh. Wooster dran Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020